Am 4. Oktober rollten die ersten Züge über die neu gebauten Bahnbrücken in Ottendorf und Midweida. Die Deutsche Bahn AG hat die Arbeiten an den beiden neuen Eisenbahnüberführungen in Ottendorf und Midweida beendet. Die Bauwerke sind für den Zugverkehr freigegeben und die Streckensperrung Midweida, Chemnitz planmäßig aufgehoben. Die Eisenbahnbrücke über die Bahnhofsstraße Altenburger Straße wurde komplett zurückgebaut und durch eine neue Überführung ersetzt. Dadurch wird auch weiterhin ein dauerhafter Zugverkehr auf der Strecke Rieser-Chemnitz gewährleistet. Der Neubau ist mit circa 19 Meter schmaler als die alte Brücke, da nicht mehr genutzte Gleise bereits zurückgebaut wurden. Die Bahnhofsstraße bleibt allerdings vorerst gesperrt. Die Straßenbauarbeiten dauern noch an, die Fahrbahn soll verbreitert und Fußwege gebaut werden. Einen den ganzen Morgen nach dem 5000 Meter Laucht Ries Gleise Pflanz Füste Gleise Gleise